... die E-Sports GD5 mit 155 Sprengungen gegen Herrn Müller. Auf dem dritten Platz das Team RST Sportsman mit 155 Sprengungen. Auf dem vierten Platz die GTO-Lis mit 157 Sprengungen. Auf dem fünften Platz das Team GTO-Tempel, Germany 7. Auf dem dritten Platz die GTO-Lis mit 155 Sprengungen. Auf dem dritten Platz die GTO-Lis mit 155 Sprengungen. Und jetzt, wir haben zwei siebte Plätze. Einmal die GTO-Tempel Gold Jungs und einmal die... Moment, das ist nicht falsch. Das ist nämlich das EDRP-Race-Camp. ... die GTO-Lis mit 149 Sprengungen. WUHhhh! WUUUH! Hau mir mal von 않은 FAMAR! Deine GTO-Lis mit 158. Die GTO-Lis mit 205 Sprengungen. Die GTO-Lis mit 155.